. . . . . . . . Verheiratet? Nee. Kinder? Nee. Schwul! Hier ist die Karte. Gibt's die Muffels eigentlich noch? Ich hab nicht mehr einfach immer so auf Kommando, ne? Ich war neulich mal beim Urologen, der hat gesagt, das ist ganz normal in unserem Alter. Warst du schon mal bei der Vorsorge? Das geht doch hier mal konzentrieren. Das macht dann 15 Euro für jeden von Ihnen für das Fahren ohne Helm. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie ab jetzt Ihre Kraftfahrzeuge schieben müssen. Wie bitte? Sie schieben Ihre Kraftfahrzeuge, bis Sie sich Helme besorgt haben. Mal ganz im Ernst, wie wollen Sie das kontrollieren, ob wir schieben oder nicht, wenn Sie weg sind? Wollen Sie uns bis zur Landesgrenze eskortieren oder was? Fick dich, Niedersachsen! Fick dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland! Ich hoffe wirklich, du gehst beim nächsten Länderfinanzhaus gleich leer aus! Das war Nordrhein-Westfalen. fick dich!